sich in das unbekannte zu wagen heißt immer neuland zu entdecken und das größte wachstum ist immer da wo die angst sitzt der saboteur ist irgendwo in dir es hat mit anderen nichts zu tun wenn mir ein anderer sagt das kannst du nicht machen sind es seine grenzen aber nicht meine grenzen es gibt viele schatz super aber warum sei doch gleich der schatz finder und 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 und